Musik So, weiter geht's mit Let's Play Spellforce The Order of Dawn Und ich werde euch jetzt den Weg abschneiden, ihr Penner Ich lasse euch nicht mehr meine Basis angreifen Blöde Ärsche Friss Feuerpfeil in den Arsch Hey, das sieht sehr sehr gut Hier bleibe ich jetzt Oh Gott Scheiße Komm Oder Korn, Korn heißt der wahrscheinlich Stufe 13 und seine Feuerschwerter machen mir irgendwie Angst Scheiße Okay, E3, such mir ein Läden hier vorkommen, das geht so nicht Ah, ich glaube ich erinnere mich Ganz am Anfang, oder? Habe verstanden Ich glaube da war was Ich meine mich zu erinnern Wird sofort ausgeführt Na ja gut Dann machen wir das so, wir befreien erst die feste Ultran Folgt mir Sofort Und ihr meine Freunde, haltet die Stellung Alles klar Sind ja ganz schön viele hier Boah Aber es müsste zu schaffen sein Nur mit vereinter Macht kann man gewinnen So wie wir es im Schatten eingetan haben Da hat sie nicht Okay, ich hab mich geirrt Ich hab mich sogar sehr geirrt Am Anfang war also kein Aria-Food Scheiße! Das nimmt ja gar kein Ende. Ich brauche schnell Verstärkung für meine Brüder und Schwestern. Herr der Rune? Dann los! Wisst ihr zufällig, wo Arya ist? Wahrscheinlich auch nicht. Schon auf dem Weg! Es muss hier doch irgendwo Arya geben, Mann! Äh... Was soll ich denn mit Lenin hier anfangen? Okay, okay, okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Zurück zur Basis! Ja, sofort! Bevor ich dann noch herbe Verluste... ...einfahre. So. Festung Ultra! Ich komme! Schnell! Schnell! Zum Angriff! Die Schaden zu! Ja! Kämpft Männer! Bereit für den Tag auf mein Zeichen! Schnell! Schnell! Zum Angriff! Auf mein Zeichen! Auf mein Befehl! Auf mein Zeichen! Wir sind hier. Fest im U-Tran gehört den U-Tranern. Sie schlagen zu. Gebt das Zeichen. Alles klar. Marschbefehl. Org, Feuerteufel. Das ist ein Ende. Ja, der ohne. Dann los. Gebt das Zeichen. Und jetzt noch euch hier vorne. Dann haben wir es geschafft. Gebt das Zeichen. Vorsicht, wir sind hier. Erwarte euer Kommando. Oh nein, einer von unseren Kriegern ist verbrannt. Auf meinen Befehl. Ich werde zu. Oh. Cool. Eine In-Game-Szene. Cut-Szene. Kommt raus, Leute. Sie sind fort. Wer bist du denn? Wer hätte gedacht, dass die Rune uns eines Tages retten würde. Tja. Hier nehmt. Diese Rohstoffe sind alles, was wir euch zur Unterstützung anbieten können. Cool. Dankeschön. Speer haben von einem großen Heer berichtet, das im Osten steht. Ihr könnt sie nicht schlagen. Es sind zu viele. Habe ich doch schon gesehen, oder? Es gibt eine Möglichkeit. Im Osten, nahe dem Portal, befindet sich ein Dryadenhain. Ein Dryadenhain? Geister der Bäume. Ja. Sie wären stark genug, die Orks zu vertreiben. Aber wie wollt ihr sie aus ihrem Hain locken? Im Hain gibt es einen Altar. Opfert dort Lenya-Pflanzen. Ein gutes Tausend. Ah. Und sie werden euch dienen. Allerdings erwachen die Dryaden nur bei Nacht. Ihr müsst das Lenya also bei Dunkelheit darbringen. Hier, Runenkrieger, nehmt diesen Plan. Er wird euch helfen, genug Pflanzen zu sammeln. Danke, Illyria. Und seht euch vor. Der Dryadenhain liegt hinter den feindlichen Linien. Es gibt jedoch einen kleinen Schleichpfad, über den ihr ihn erreichen könnt. Klingt gut. Bedingt euch der Macht der Dryaden. Nur so könnt ihr das schweindliche Heer vernichten. Wow. Klingenwirbler der Frau. Stufe 9. Stufe 9. Stufe 6. 6. 9. 9. Okay. Okay. Das lasse ich lieber gleich, dass... Die Kreis muss ein... Geht wirklich nur mit dem Ding. Cool, endlich. Sie haben uns Aria gegeben. Jetzt kann ich mir ein paar... Paladine erstellen. Erwarte Befehle standen. Und die Ultraner laufen. Guckt es euch an. Sie laufen alle zu ihrer Burg. Gebt das Zeichen. Bleibt statt ab. So, Einer. Hast du uns noch irgendwas zu sagen? Gut euch zu sehen, Freund. Nö. Auf meine Seite. Gut, dann können wir wieder runter gehen. Und wir brauchen ein paar Arbeiter. Wir haben einen Plan gekriegt. Den Leniasammler für die Elfen. Mit ihm werden wir die Pflanzen zusammen kriegen. Aber dafür brauchen wir ein paar Arbeiter. Erwarte Befehle. Paladine. Guckt sie euch an. Flammenschwert, Rüstung und Schild. Die Elite Kämpfer der... Menschen. Und sehr resistent gegen Feuer. Verdammt, was wird das hier? Das ist ja schlimm. Was? Hier. Schnell. Vorwärts. Okay, das erste, was ich mache, ist dieses Lager zerstören. Dieses riesige Lager. Wow. Und das bei einem Förster. Ja. Das ist ja nicht normal. Das tut ja im Kopf weh. Ja, bin unterwegs. Völkerwanderung. 900. Da könnten wir doch gleich eine Mine hinsetzen. Okay, dieses Video ist dann auch vorbei. Bis dann. Bis dann. Bis dann.